Hallo, schön, dass du da bist. Heute gibt es eine schöne, entspannende Sequenz für den Oberkörper. Wir fangen im Schneidersitz an, das linke Bein vorne. Falls das hier unbequem ist, kannst du dich auf einen Yoga-Block, auf eine gefaltete Decke oder auch auf einen Stuhl setzen. Lege die rechte Hand auf die Matte und dehne den linken Arm rüber nach rechts. Linke Hand zum Kopf, atme ein, hebe den Blick und aus, falte den Ellbogen zur Matte. Also, einatmen, öffnen, Blick heben und aus, runter. Noch einmal einatmen, öffnen und aus, nach unten. Öffne wieder, streike den linken Arm aus. Richte dich mit dem Einatmen auf und dreh dich in den Twist nach rechts, linke Hand zum rechten Bein. Atme ein, dehne den rechten Arm rüber nach links. Und aus, bring die rechte Hand zur linken Schulter, linke Hand zur rechten, eine große Umarmung. Und wenn du magst, komm in die Adlerarme, linke Finger in die rechte Hand. Löse die Haltung. Und dann kommt die andere Seite. Lege das rechte Bein nach vorne. Erde die linke Hand und dehne den rechten Arm rüber. Versuch dabei, Länge in beiden Seiten zu halten. Bring die rechte Hand zum Kopf. Atme ein, hebe den Blick und aus, Ellbogen Richtung Matte. Noch zwei. Einatmen, heben und aus, nach unten. Noch einmal öffnen und nach unten. Einatmen hoch, streike den Arm aus, richte dich auf. Und dreh dich mit dem Ausatmen nach links in den Twist. Atme ein, streike den linken Arm rüber nach rechts. Und aus, linke Hand zur rechten Schulter, rechte Hand zur linken, wieder eine Umarmung. Und dann kannst du entweder hier bleiben oder die Arme für die Adlervariation verschränken. Löse die Haltung, entspanne die Arme. Und komm in den Vierfüßlerstand für ein paar Wellenbewegungen mit Katze und Kuh. Schiebe dich vor, lehne zur Seite, zurück, andere Seite und vor und bring so viel Bewegung rein, wie du magst. Höre auf deinen Körper, schau, was sich gut anfühlt. Und jetzt in die andere Richtung. Mach diese Bewegung wirklich zu deiner eigenen, je nachdem, was dein Körper heute braucht. Wunderbar, komm wieder zur Ruhe und wandere mit den Händen nach vorn. Wenn sich das heute nicht so gut anfühlt, setz dich nach hinten für eine gestreckte Kindeshaltung. Höre auch hier wieder in deinen Körper hinein. Beide Posen sind gleichwertig, keines besser oder schlechter. Lege dich nun allmählich auf den Bauch. Und schiebe den linken Arm unter dir durch nach rechts. Lege die rechte Hand unter die Stirn, seitlich neben dich oder kreuze den Arm vor den linken. Criss-Cross-Stretch. Atme tief und versuche zu entspannen. Um das Ganze aufzulösen, roll dich auf die linke Seite. Beuge die Knie und bring die Handflächen zusammen. Kreise mit dem nächsten Einatmen den rechten Arm rüber nach rechts. Dreh dich auf den Rücken. Spinal Twist. Und aus. Wieder zurück auf die linke Seite. Handflächen zusammen. Noch zwei. Einatmen in den Twist. Und aus. Zurück. Noch einmal Spinal Twist. Und wieder zurück. Komm zurück auf den Bauch. Und schiebe diesmal den rechten Arm unter dir durch nach links. Die linke Hand unter der Stirn nach hinten abgelegt. Oder kreuze den linken Arm vor den rechten für den Criss-Cross-Stretch. Versuche Entspannung im Oberkörper und im Nacken zu finden. Roll dich zum Auflösen auf die rechte Seite. Beuge die Knie und bring die Handflächen aneinander. Atme tief ein, während du den linken Arm über den Kopf nach links kreist. Dreh dich auf den Rücken. Und aus. Wieder auf die rechte Seite. Hände zusammen. Noch zwei. Atme ein. Dreh dich auf den Rücken. Spinal Twist. Und aus. Wieder zur Seite. Noch einmal. Kreise in den Twist. Und aus. Hände zusammen. Komm wieder auf den Bauch. Und setz dich zurück in die Kindeshaltung. Die Arme so, wie es sich jetzt gerade am besten anfühlt. Die Arme so, wie es ist jetzt und ich habe es jetzt gevänt. Und aus. Und aus. Und aus. Richte dich langsam in den Fersensitz auf. Verschränke die Hände hinterm Rücken, mach dich dabei groß, heb den Blick. Und wieder zum geraden Rücken. Lege die Hände an die rechte Hüfte und lehne den Kopf sanft nach rechts, um in die linke Schulter, den Arm, den Nacken zu dehnen. Verschränke die Hände hinterm Rücken und lege die linke Hand mit dem Handrücken zur Mitte des Rückens. Dehne den rechten Arm hoch und schau, ob du deinen Finger zueinander führen kannst. Du kannst dir auch einen Yoga-Strap, ein Gürtel, ein Handtuch oder etwas in der Art verwenden, um die Lücke zu schließen. Bleib entweder hier oder wenn du die Beine dazunehmen möchtest fürs Cowface-Kuhgesicht, löse die Arme einen Moment, rutsch auf die linke Seite und lege das rechte Knie auf das linke, Füße nah bei dir und bring die Hände wieder zusammen. Linke Arm unten, rechte oben. Löse das Ganze wieder auf und komm zurück in den Fersensatz. Verschränke die Hände hinterm Rücken, lege sie an die linke Hüfte und lehne den Kopf sanft nach links. Verschränke die Hände. Verschränke die Hände. Richte dich wieder auf und bring dich zurück in den Kopf. die rechte Hand in die Mitte des Rückens. Hebe den linken Arm hoch, die Hand kommt zwischen die Schulterblätter und versuch die Finger zu verbinden. Falls das nicht so ganz klappen möchte, kannst du auch hier wieder ein Yoga-Gurt oder ähnliches nehmen. Als Option kannst du auch die Beinvariante dazunehmen. Löse dazu die Arme, verlagere dich nach rechts und lege das linke Knie über das rechte. Bring die Arme wieder in Position, linke Arm oben und halte der Blick gerade nach vorn gerichtet. Löse die Haltung, setze die Hände hinter dir auf die Matte und strecke dich Richtung Himmel. Vielleicht hebst du dabei den Blick. Und dann sinke nach hinten auf die Matte für Shavasana, die Tiefenanspannung. Wenn du magst, kannst du dir eine Decke nehmen und wenn du soweit bist, lass die Vorderfüße nach außen senken, die Beine etwas weiter als hüftweit auseinander. Deine Arme liegen schwer auf der Matte, die Handflächen zeigen nach oben. Lass den Blick ganz weich werden. Vielleicht schließt du die Augen und dann lenke den Fokus nach innen. Werde ganz ruhig und atme tief. Versinke in der Matte. Du kannst gerne nach oben und halte ihr es ja entdeckst. noch länger in Shavasana bleiben. Falls du diese Yoga-Praxis gemeinsam mit mir abschließen möchtest, bringe ganz sanfte, leichte Bewegung in den Körper. Wenn es sich gut anfühlt, dehne die Arme über den Kopf und komm in eine bequeme Sitzposition. Atme noch mal ganz tief ein, hebe die Arme hoch und aus, Hände zum Herzen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du fühlst dich gut erholt und gedehnt und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.